Würfel-Narren aufgepasst! Heute kommt der neue Wurf aus dem Hause Quix, das Spiel Quinto. Dafür solltet ihr zwei bis sechs Spieler sein, ihr solltet acht Jahre alt sein und eine Runde dauert ca. 15 Minuten. Ja, bei diesem Spiel habt ihr drei Reihen, die ihr ausfüllen müsst, mit jeweils den farblich zu passenden Würfeln. Ihr könnt am Anfang aussuchen, ob ihr mit ein, zwei oder drei Würfeln würfelt. Dürft allerdings die Zahlen nur in den Reihen eintragen, von denen auch die Farbe mit bei dem Wurf vorhanden war. Ihr müsst von links nach rechts die Zahlen aufsteigend eintragen, es dürfen keine Zahlen doppelt vorkommen. Genauso dürfen in den Spalten jeweils keine Zahlen doppelt vorkommen. Viel Platz wird für das Spiel auch nicht benötigt, da ihr nur eure eigene Spielkarte vor euch habt und die drei Würfel. Das Spiel kostet zudem acht Euro und ist eine sehr schöne Alternative zu dem Klassiker Quix.